und willkommen muss ja noch nicht da und zwar mit der seipan es wurde ein flugzeugträger video gewünscht jetzt gucken wir mal ob ich was hinbekommen ob ich was hinbekommen ich habe jetzt extra nur meine zwei jäger und zwei bomben mit zwei tropäobomber staffeln hier jetzt halten kurs bei oh 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 is this the map so Gruppe 4 Waffe auf Anweisungen, Ende wo ist denn mein jäger? ach da so dann gucken wir mal Molotow fangen wir mal vollspeed dorthin sicher sicher hier so hier 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 auf 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 die jorge weg mit auf 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 gut auf 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 so auf 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Gruppe 5, warte auf Anweisungen. Gruppe 3, warte auf Anweisungen. Gruppe 5, sind unter Beschuss. Gruppe 4, warte auf Anweisungen. Gruppe 6, warte auf Anweisungen. Gruppe 5, wir stehen unter Beschuss. Gruppe 4, wir an uns zielen. Gruppe 4, kehren zurück. So, auf. Gruppe 5, greifen Gegner an. Gruppe 5, kehren zurück zum Schiff. Gruppe 4, zerstört. So, das dauert eine Weile, bis wir ihn noch reinkriegen. Wir sind unter Beschuss. Wir haben keine mehr da. 4, raus. 5, raus. Komm, auf. 4, in der Luft. Gruppe 5, startklar. Autopilot aktiviert. Bra coach, lass mich. Das dauert, was ich. Ich habe nichts mit ihrer Hande. Wir haben etwas mit der Hande zu kommen. Aber aus dem Anzeigen. Du kannst das nicht. Das ist nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Ich bin kein Ziel. Du kannst das aber auch alles nicht schlecht machen. Ich bin nur ein Teil dafür nutzen. Ich habe nämlich voraussetzungen. Ich bin zuerst auf. Ich bin nicht in der Lage, ich bin kein Geld dafür. Da bin ich einsprennt. Ich bin mir nicht explosions und nehme! na komm auf gruppe 5 wir stehen unter beschuss gruppe 3 behalten wir den Kurs bei Gruppe 5 greifen Gegner an kommt das ist einer komm ich bin entdeckt ja ja ihr seht als als flugzeugträger kapitän hat man genug zu tun das wird eng verdammt ja 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 das andere team verkackt schlank machen schlank machen schlank machen ja 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 ich habe mein bestes getan mehr konnte ich nicht tun wahrscheinlich bin ich nicht nur mit einer der besten genau ich bin auf platz drei ja gut ja dann danke ich fürs zugucken diese damals gemacht bis zum nächsten mal das war die seipan ja mit unterstützung von www hrm-shop.de